Jo Leute, willkommen hier zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und heute geht es um die nächste Fortnite-Herausforderung und das ist die Nummer 95 und die heißt hier zu finden bei einer Reihe Sonnenkollektoren im Dschungel. Ich werde euch hier auf jeden Fall genauer zeigen, wo dieses Fortnite-Stück liegen wird und da würde ich auch schon sagen, gehen wir mal direkt in eine Runde rein. Wie die Aufgabe bereits schon sagt, müssen wir zu Sonnenkollektoren gehen, welche im Dschungel sind und deswegen landen wir natürlich mal direkt im Dschungel und zwar sind diese Sonnenkollektoren genau dorthin. Ich mache mal ganz kurz Marker dahin und während wir gerade da hinfliegen, könnt ihr mal ganz kurz ein Abo da lassen, denn ich lade hier jeden Tag diese Lösungen hoch. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Jetzt fliegen wir erstmal weiter dorthin. So und von hier aus sehen wir die Sonnenkollektoren schon ein bisschen besser und genau hier dran vorne ist dann dieses Fortnite-Stück und zwar genau hier vorne lade ich mal ganz kurz. Und zwar liegt das Stück genau hier auf dem Boden, genau hier an der Stelle vor diesen Sonnenkollektoren. Hier müsst ihr ganz kurz landen und dann seht ihr genau hier an der Stelle das Fortnite-Stück. Das könnt ihr einsammeln. Auf der Karte ist das Ganze wie gesagt im Dschungel, genau hier oben in der Nähe von diesen vier heißen Quellen. Geht ganz kurz hier hin, holt euch das Ganze und das war es auch schon mit der Aufgabe. So und das war es ja auch schon mit dem neuesten Fortnite-Stück. Lasst an der Stelle mal ganz kurz einen Daumen nach oben da und lasst euch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.